So, komm rein. Komm rein. Ich freu mich hier rechts. Das ist der Pass. Mach die mal kurz. Die Redscha. Ach, mach die mal. Du musst an den Handen. Ich bin weg. Ich bin weg. panischer aber aber die zeit den aspect erbitter auf fleischwölfe und riepe mit glas gem pq ob wir schon mal gehört oder hörst du noch Ich bin Filmscamp, ich habe nichts um uns da raus zu bumm, keine Pork, keine Zinnita oder so ein Wurks. Ja. Wir müssen ja nur gucken, dass wir diesen blöden Wäscher-Haber möglichst süß rauskriegen, das wäre geil. Ja, die Waffen auf dem Moon weg, da ist eigentlich eine Scheiße, ich werde gepusht und schwimmig weg. Oh, passt sich da oben schon? Ist das schon? Ich weiß nicht, aber. Okay. Hm, der hat so lange gekriegt, das kriegt von der Weg noch mal weiter. Da ist mit einem Punisher-Haber. Oh, da hat er aber einen gekriegt. Hm, du bist da vorne. Keine Waffe verloren. Der brennt aber auch. Du bist aber da ganz alleine. Ja, wie gesagt, der haut auf Wachs vor mir, wenn ich dem Nachwuchs hoch bin, wie gesagt, er brennt. Ich habe ja keine Waffen mehr. Ist auch der Redscher bei mir. Also, wie gesagt, der Greven-Lins, einmal noch die Greven, dann müssen wir jetzt hinter sich haben. Bo, boh, kommt rein. Komm rein. Ja. Quasi zur Ablenkung da, damit die von außen auf uns ausschießen kann. Es wäre doch die ganze Zeit von den... Bremse auf dem Feld, von der Brücke geschossen. Ja. Viele Waffen der Toren vor den Brennen, ich glaube nicht. Obwohl wir den besser einladen, wenn ich noch nicht drin bin, ne? Hm, ich geh auch mal rein. Wie gesagt, er hat keine Waffen mehr. Gleich eingenommen? Hm, so, wenn ich weiter so gut ausfahre, dann... Ja, unser Team. Ja, haben wir. Ja, Susan Pew. Ja, was ist das? Ja, haben wir. Ja, wirksen. Ja, wir gehen. avyверsen,抽 hauen. Das war H hate. Bis zur Ablenkung. Ich finde sehr ausfahre. Der Red Chava spielt jetzt von der Brücke, ist jetzt auf der anderen Seite von der Brücke. Oh, was ist unsichtbar? Ich steck's mal auf. Dieser Gremlins, dieser Diggins Hover umbliegt uns, geht da hinten. Genau, da müssen sie gleich auftauchen hinter uns. Irgendeine Waffe. Popo kommt an. Popo hat noch einen zweiten gekriegt. Popo ist glaube ich ziemlich script. Der hat glaube ich den letzten Knacken. Popo ist hier rechts... Das ist einfach... oh 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 oh, oh oh oh... Stopp Setschρωcken... Oh 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 oh, nhi Jakob Echt... Ah, und du hast ein Willes ps – gut an, die enduring den weg... Mmh euh... Always, ты Popo könnte ignorieren. Der hat nichts mehr. Mmh... die reduces bei mir nach vorne hat uns geglappt. Und hat ja die Bicke hinter HIS SCHLECHT,w tur asshole, zu wissen abzuhauen ... Mach's mir an, du musst ihn umdeúcnen... Ja, das finde ich. Ja, super. Der hat schon mal recht. Okay, ist er. Jo. Oh, okay.